Book 2 9 Wochentage Der Montag Der Dienstag Der Mittwoch Der Donnerstag Der Freitag Der Samstag Der Samstag Der Sonntag Der Sonntag Die Woche Die Woche Von Montag bis Sonntag Von Montag bis Sonntag Der erste Tag ist Montag Der erste Tag ist Montag Der zweite Tag ist Dienstag Der zweite Tag ist Dienstag Der dritte Tag ist Mittwoch Der dritte Tag ist Mittwoch Der vierte Tag ist Donnerstag Der vierte Tag ist Donnerstag Der fünfte Tag ist Freitag Der fünfte Tag ist Freitag Der sechste Tag ist Samstag Der sechste Tag ist Samstag Der siebte Tag ist Sonntag Der siebte Tag ist Sonntag Die Woche hat sieben Tage Die Woche hat sieben Tage. Wir arbeiten nur fünf Tage. Wir arbeiten nur fünf Tage.